Herz 8, Herz 9, Herz 10. Wenn ich Herz 9 rausnehme, habe ich hier ein Loch. Mit Hilfe des Zauberstab kann ich diese Karten wunderbar rausnehmen. Hier haben wir immer noch diese zwei Karten. Herz 8 und Herz 10. Wir legen diese zwei Karten hier an. Wenn wir einen Zauberspruch sagen, Simsalabim, kann man die Karte Herz 9 in den Zauberlino verwandeln. Tschüss. Kommt auf. Spannstunden Panzenat Herrsenat Alienat erna Vielen Dank.